Meine Große. Sie weiß schon, was sie will. Und wie schnell sie lernt. Vor einem Jahr konnte sie noch nicht mal richtig laufen. Manchmal war das eigentlich ganz praktisch. Aber sie muss ja die Welt entdecken. Vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Augen. Nicht mit dem Mund. Womit haben wir eigentlich früher gespielt? Schön, dass sich manche Sachen auch nicht so schnell ändern. Jetzt kann sie sogar schon mal eine Zeit für sich bleiben. Die Baumeisterin hat sie auf jeden Fall vom Papa. Und ihre Herzlichkeit auch. Naja, das Teilen muss sie noch üben. Aber da kommt sie wirklich nicht drum rum. Und das ist so genau richtig. Und das ist so genau richtig. Und das ist so genau richtig. Und das ist so julgisch.